Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play My Assassin's Creed Rogue Direkt da dahinter oder wie? Wo komm ich da hin? Hm Irgendwie ist das komisch hier Also wo ist das denn? Ja Da oben? Da irgendwo drin Weiß nicht ob ich hier unten eine Granate hilf Nö So komm ich auch nicht rein Doch hier sehe ich keinen Eingang Das ist spannend Da unten Ich seh dich schon Hm Wir gehen einfach mal Da unten weiter Und schauen uns das hier mal an Ja 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 also So, davon ist die nächste Truhe. Okay, hier kann ich glaube ich hier noch irgendwo vor. Weiterhin, Schleierhauch. Okay. Dann wollen wir weiter hier hoch. Auf die Insel. Genau, da haben wir es. Die Herausforderung. Hier drin gibt es eine Höhlenmalerei. Höh. Wann noch? So, da hinten. Da noch was, oder? So. Okay. Sonst hat er mich da jetzt nicht springen lassen. Dieser blöde Bauplan. Ich sag's euch. Wann komm ich denn da rein? Doch auch. Das geht ja alles gar nicht. Wie komm ich da rein? Ich bin mir relativ sicher, dass der mir schon alles anzeigen würde. Was ich kaputt machen kann, oder? Also ich google da jetzt. Das ärgert mich. Okay, wenn das jetzt stimmt, dann bin ich dumm. Oh Mann, oh Mann. Wir können das nicht sehen. Und dann zurück auf unser Schiff. Da. Nämlich auf den auch fertig. Und wollen dann weiter hier. Dahin schnell reisen. Weiter schon. Anker werfen. Da ist irgendeine Quest losgegangen. Aber ich kam nicht dazu, da irgendwie groß was zu machen, ne? Erinnere ich mich. Wir sind bereit, gute Werke zu tun, werter Sir. Ah, hoffentlich. Ein Holz zu wenig. Naja, scheinbar, ob wir hier nicht irgendwie... Ähm. was plündern können. Ich warte auf eure Anweisungen, Sir. Ja, da muss noch bisschen länger warten. Tut mir leid jetzt. Ja. 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 Wo sind diese ganzen Hecken schützen denn schon wieder? Ja So, wollen wir hier kurz in den Baum springen Kostet uns ja nicht wirklich Zeit Ja, die Tür da hinten ist mit das letzte, was wir nehmen wollen Eil die Weile Komm hoch, Shay Sehr schön Wunderbar Ist schon krass, dieser Eis Rammsporn Wagen Die Siedlung müsste jetzt an mir gehören, oder? Genau Ah ne, die waren gerade alle im Blau Ja, die waren nicht in Rot Ich war kurz im Kopf, dachte ich mir Hä? Ich habe gerade meine eigenen Leute umgebracht Da höre ich ja ordentlich Sachen Nice Dann können wir hier auch mal wieder renovieren Okay, von dem einen habe ich eh schon das Maximum erreicht Okay, gut, dass wir da was ausgeben Gah Gah Nicht so gut, Shale. So ist die doch da oben. Ah ja, da steht die Tue. Da. Ja. Da. Die Haua ringed for your death! ja Ja, da oben bist du. Schau an das! Dieser ist ein Krieger. Dieser Krieger hat meine Unterstützung. Das ist die Bravheit. Krieg mit uns. Hmm, ich glaube nicht. Nice. Einen Bonus bekommen, oder? Warte, hab ich wieder nur vercheckt, wie ich den geh. Oh Gott sei Dank. Das war knapp. So, dann können wir hier mal wieder uns in der Kneipe schlägern. Muss auch mal sein. Oh Gott. 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 So, ihr Bandiden. Hammerwech schon. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Äh. so, ausgeben kann. Hm, ne. Auch bei den Verbesserungen war ich das absolut nirgends, gell? Aber dann vergessen wir doch einfach den Krachdarm. So, mehr Harpun. Können wir auch mal machen. Mehr Munition fürs Packelgewehr. Ah, schwere Kugeln. So, gut. Verkaufen. Ich sag Fracht verkaufen. Stein. Naja, war für die Renovierung von Gebäuden. Tabak. War für gar nichts, ne. Können wir schon mal verkaufen. Sind auch 7000, ne. Gut. Das war gerummt. Das war schon ein Greis. Hier, vor allem ist noch. Direkt beim Aussichtspunkt, ne, ähm, Truhe. Ah ja, genau. Und dann wollen wir hier. Wie gesagt, da gehen wir zurück, zum Schiff. Sehr schön. Per se. Abgeschlossen. Hätte mich da jetzt auch hinragen. Schnell reisen können, gell? Eigentlich. Ah, es wird sich nicht mehr lohnen, das anzufangen. Ich hole das Fragment und Ground Entree noch. Dann haben wir hier alles schön fertig gemacht. Halte Segel! Kannst mit sein! Weil ich nicht noch ein Part schaffe. Und deswegen jetzt nicht mitten in der Mission dann wieder aufhören will. Bin ich immer näher fick. Dann schauen wir vielleicht noch kurz in unsere Flotte oder so. Und ich werde ihn bis der Herr weiß, wenn. Oh, poor old man. He's dead as a nail in the lamp. Und ich will say so. Und wir noch so. Schieße uns aufeinanderbressen. Alle Wege kürzen. Da. Schwimmen wir mal. Tintet jetzt hier als kaltes Wasser nicht, oder? Oh, das ist nicht kalt aus. Ah, doch. Okay, nevermind. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Man, hey, hey. Da. Da, holen wir uns hier ein bisschen Fracht. Fünf Metall sind halt auch fünf Metall. Ist zumindest mehr als in Assassin's Creed 4. Ich darf mich mal wieder aufrechter hinsetzen hier. Öffnet die Hauptsegel! Wenn wir jetzt schon einen Rückenwind haben in die Richtung, nutzen wir den auch, das stimmt. Eine Brick, die hätte ich fast gern in meiner Flotte. Willow, well, what I do say, in Amsterdam, there lives the maid, And she was mistress of her trait, I'll go no more a-roving with you, fair maid. A-Roll mit A-Roll mit Feuer! 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 Der ist schön. Die wollen wir entern. Der ist schön. Der ist schön. Gut. So, dann wollen wir hier anlegen. Und die sich noch weiter bekämpfen ist mir egal. Gut. Jetzt haben wir vier Objekte. Vier. So, erstmal nach oben. Was? Hey. Ich bin froh, wenn das schon gereicht hat. Wow. Wow. Jetzt geht er natürlich nicht mehr. Ach du. Gut. So, der ist da oben. Sehr schön. Äh. Äh ne. Falsche Richtung. Da komm ich hoch. Okay. Sind eigentlich auch cool designt. Hat wieder was. Den Flair von der Welt von SSP3. So. Hier hinten muss irgendwo. Das Schwert sein. Okay. Ja. Ich hab jetzt gedacht, dass da vielleicht ne Höhle auch ist. Aber da muss doch irgendwo oben auf dem Plateau sein. Mich dann nur verwundert, warum das nicht gefunden hatte. Okay. Dieses Klettern kann schon oft richtig schlecht funktionieren. Gut. Ja, ein guter Fang. Ähm. Ah, okay. Ah ja. I see. Irgendwo, wo haben wir hier jetzt noch was? Hier hinten. Ja. Gehen wir hier rum. Nehmen das Fragment dabei gleich mit. Ja. Ja. Ja, das geht's jetzt gut aus. Ich sag da noch ganz fix in die Flotte. Das ist ja immer auffällig. Wir können wieder was herstellen, oder? Haben wir schon. Beutelbewurf. Da haben wir auch schon. Boah. Ist irgendwie komisch, dass das jedes Mal wieder alle. Ähm. Neu anzeigt. Oh nein. Es ist wie es ist. So, wie gesagt, schnell zur Flotte. Also rein in die Kapitänzger Jüde. Easy Kampagne. Flotte hinzufuhr. Flotte hinzufuhr. Flotte hinzufuhr. Gut. Gut. Gleich mal reparieren. Oder ich noch nicht. Wunderbar. Wunderbar. geschickt alles gut ich muss nicht mehr ganze parts glaube ich hier drin verbringen ist schon viel viel besser so dann war es das damit und auch mit dem part und wir sehen uns beim nächsten mal wieder vielen dank fürs zusehen macht's gut bis dahin tschüssi